Pritzkus ist unerlässlich, gerade für das Thema Massenproduktion. Es ist natürlich ein wahnsinniger Zeitdruck in der Wirtschaft da, dass man möglichst schnell die Teile produziert, um auch Kosten zu reduzieren. Ich glaube deswegen, dass die Simulation ein wesentliches Element ist, um die Wettbewerbsfähigkeit hier im europäischen Raum zu halten. Die Simulation hilft, Kosten einzusparen im gesamten Entwicklungsbereich, angefangen von der Bauteilkonstruktion, also Materialeinsparung. Man kann viel umfangreicher im Vorfeld testen und die Qualität optimieren. Also simulieren können viele, tun viele, doch mit MOLFLOW haben wir einfach das marktführende Produkt und mit Autodesk haben wir einen der innovativsten Softwareentwickler als Partner. Man kann eine Simulation nur akkurat durchführen, wenn die Materialdaten akkurat sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da ist MOLFLOW weit vorne dran. Wir haben 10.000 Materialien in der Materialdatenbank. Alle großen Chemiefirmen arbeiten mit dieser Software zusammen und es ist das Produkt, was in der Automobilindustrie gesetzt ist. Seit über 30 Jahren sind wir der führende MOLFLOW-Dienstleister und unser Ziel ist einfach, dass der Kunde möglichst schnell erfolgreich mit der Software arbeiten kann. Indem es nicht nur darum geht, dem Kunden die Software zu übergeben, sondern auch diese Software für den Kunden in seine Abläufe zu integrieren. Wenn der Kunde Erweiterungen möchte, da sind wir zur Stelle und haben ein Team für Programmierungstätigkeiten bei uns im Hause. Wir haben Schulungen, um die Mitarbeiter möglichst schnell dazu zu bringen, MOLFLOW-Software effektiv anzuwenden, auch die Ergebnisse zu interpretieren. Die Firma Engel ist Weltmarktführer in Entwicklung, Produktion und Lieferung von Kunststoff-Spritzgießlösungen. MOLFLOW-Software ist für uns der Partner im Bereich Simulation. Wir arbeiten mit ihnen zusammen im Bereich der Entwicklung. Wenn irgendwer Fragen hat, wenn irgendwer Feedback benötigt, dann rufen wir einfach an und bekommen das in kürzester Zeit. Das hat uns MOLFLOW-Software seit vielen Jahren unterstützt. Wir haben im Laufe der Jahre weit über 17.000 Projekte für unsere Kunden bearbeitet, das heißt auch für alle Branchen, alle Materialien dabei kennengelernt, sodass wir sehr umfangreich unsere Kunden beraten können. Das Thema Digitalisierung ist so das Schlagwort und die Simulation ist ein Meilenstein, um einfach konkurrenzfähig für die Zukunft aufgestellt zu sein.